Sie hören I Can't Breathe – George Floyds Leben in einer rassistischen Welt Von Tolu Oloranipa und Robert Samuels Aus dem amerikanischen Englisch von Henning Dedekind, Marlene Fliesig, Katja Halt, Sigrid Schmidt, Karin Schuler, Violetta Topalova und Gabriele Würdinger Gelesen von Maya Alban Zapata Ein Hörbuch des Argon Verlags Hinweis In diesem Hörbuch wird das N-Wort nicht ausgesprochen. Stattdessen wird das Kürzel N genannt. Ein rassistischer Begriff, der in der Vergangenheit Teil des Namens des amerikanischen Football Teams Washington Commanders war, wird ebenfalls nicht ausgesprochen. Stattdessen wird das Kürzel R genannt. Statt des rassistischen Begriffs, der in der Vergangenheit Teil des Namens des amerikanischen Football Teams Cleveland Guardians war, wird das Kürzel I genannt. Einleitung Blumen Ich liebe dich George Perry Floyd Jr. sagte dies zu Männern, Frauen und Kindern, zu Verwandten, alten Freundinnen und Fremden, zu Beziehungspartnerinnen, platonischen Bekannten und den Frauen, die irgendwo dazwischen lagen. Zu hartgesottenen Gaunern und obdachlosen Junkies, zu Berühmtheiten und Nobodies aus dem Viertel. Floyd sagte diesen Satz so oft, dass viele Freundinnen und Familienmitglieder keinen Zweifel an den letzten Worten hegten, die er zu ihnen sprach. Er beendete Telefongespräche mit dieser Redewendung und tippte sie in Großbuchstaben am Schluss von Textnachrichten. In Ordnung, meinetwegen, Mann, sagte Corey Lawson, als er Big Floyd, wie er von seinen Freunden genannt wurde, zum ersten Mal diese Worte sagen hörte. Wir sprechen nun später, Mann. Im Laufe der Jahrzehnte lernte er, Floyds Ernsthaftigkeit zu schätzen, als die beiden Menschen durch Waffengewalt, Drogenüberdosen, Polizeigewalt und andere Gefahren verloren, die junge schwarze Männer, wie sie erwarteten, die in einer rauen, oft lieblosen Wirklichkeit heranwuchsen. »Die! Ich liebe dich, Bro!«, sagte Floyd zu seinem Freund bei ihrem letzten Telefonat im Frühjahr 2020. »Ich liebe dich auch, Mann!«, antwortete Lawson daraufhin. »Wir haben immer gesagt, wir würden einander Blumen schenken, bevor wir sterben,« erinnert sich Lawson. »Und genau das zeigt, was für ein Mensch er war.« In Floyds letzten Wochen zeigte sich angesichts des zerrütteten Zustands der Welt, wie wichtig es ist, FreundInnen Liebe und Blumen zu schicken, solange sie noch leben. Im Frühjahr 2020 wütete die Covid-19-Pandemie, der jeden Tag tausende US-AmerikanerInnen zum Opfer fielen, die zahlreiche Unternehmen lahmlegte und Millionen von Menschen arbeitslos machte. Wie viele schwarze Amerikaner war auch Floyd besonders anfällig für den gnadenlosen Ansturm der Pandemie. Bei ihm war eine asymptomatische Form der Viruserkrankung diagnostiziert worden. Obendrein hatte er seinen Job verloren, als der Club in Minneapolis, in dem er als Wachmann gearbeitet hatte, zwangsweise hatte schließen müssen. Da sich der größte Teil des Landes im Lockdown befand, verbrachte Floyd einen Großteil seiner Zeit am Telefon, um mit alten FreundInnen zu plaudern und sich bei Verwandten in seiner Heimatstadt Houston zu melden. Er war drei Jahre zuvor von Texas nach Minneapolis gezogen, in der Hoffnung, sein Leben neu zu ordnen und sich von seiner Drogensucht zu befreien. Doch hatte er erst kürzlich die Vorwahl seines Mobiltelefons von der 832 für Houston in 612 geändert. Ein Zeichen dafür, dass er sich seiner Wahlheimat in den Twin Cities nun verbunden fühlte. Eines dieser Telefonate führte er mit seinem Bruder Terrence, dessen zweijährige Tochter ihn an sein eigenes kleines Mädchen, Giana erinnerte. Meine kleine Nichte. Oh Mann, sagte Floyd am Telefon und bewunderte die Babyfotos, die Terrence ins Internet gestellt hatte. Wenn ich wieder okay bin, hole ich Giana hierher und du bringst die Kleine mit und dann können wir uns zum Spielen treffen. Ich bin dabei, antwortete Terrence. Alles klar, Bro, ich liebe dich, sagte Floyd, bevor er auflegte. Floyds Bemerkung darüber, dass er wieder okay werde, hätte sich auf eine ganze Reihe von Dingen in seinem Leben beziehen können. Seine Versuche, in Minnesota wieder auf die Beine zu kommen, mit dem Ziel, endlich das Sorgerecht für Giana zu bekommen, endeten oft als arge Fehlschläge. Andauernd stolperte er über seine eigenen Fehler und über Hindernisse, auf die er keinen Einfluss hatte, nicht zuletzt über eine Pandemie, die seine Einkommens... Vielen Dank. Vielen Dank.